Leute, ich weiß jetzt, warum jetzt 64% aus dem Ausland von Europa Erdogan gewählt haben. Natürlich, weil ich bin so ein Vollidiotik. Entschuldige mich, tausendmal, tausendmal. Ich habe vor fünf Tagen, vor fünf Tagen genau tausend Euro gewechselt. Leute, jeden Abend bin ich Party machen, ja, jeden Abend. Und das ist alleine, mindestens mit vier, fünf Leuten, ja, geile Party, wo überall Musik und so weiter geht. Ja, tagsüber, besten Strände, ja, und dann mache ich mein Motorrad voll, mein Auto voll abends, ja. Das Geld geht einfach nicht fertig, natürlich, weißt du. Ich habe tausend Euro gewechselt, 28.500 türkische Lieder. Leute, das ist so geil, ja. Jetzt habe ich es verstanden, warum alle in Deutschland oder in Europa Autor anwählen. Ab jetzt für mich auch. Re is forever, Mann. Hey, ich schwöre es euch, re is forever. Und jetzt habe ich heute geguckt, weil vielleicht muss ich nächste Woche noch einmal ein Tausender wechseln. Ja, heute ist es 29.500, also tausend türkische Lieder, mehr wie vor fünf Tagen. Also deswegen, ja, forever unser Reis, forever, Leute. Ciao.